Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Baue deine eigene erste Applikation in FileMaker. Mein Name ist Stefanie Jochmes und ich werde Sie die nächste Stunde begleiten. Zuerst einmal ein paar Informationen zu mir. Ich bin vor 30 Jahren am Wunderschönen Rhein geboren, habe auch dort 2018 an der Universität Bonn meinen Bachelor of Science im Fach Informatik gemacht und seit Januar 2019 arbeite ich als Entwicklerin bei MonkeyBread Software. Seit 2022 bin ich zertifizierte FileMaker-Entwicklerin. Und kommen wir nun zu unserer heutigen Aufgabe, denn wir wollen eine Applikation bauen. Diese Applikation soll eine Kundendatenbank für den Bananenlieferanten unseres süßen Logoäffchens sein. Wir haben also einen Lieferanten. Dieser Lieferant beliefert verschiedenste Kunden überall in der Welt und diese Kunden möchten wir jetzt gerne in eine Datenbank aufnehmen und mit dieser Datenbank arbeiten können. Unser Bananenlieferant hat sich entschieden, seine Lösung mit FileMaker umzusetzen und das hat auch einen guten Grund, denn FileMaker ist nicht nur eine Datenbank. Wir können uns das so ein bisschen vorstellen, eine Datenbank ist jetzt erstmal eine Sammlung an Informationen zu einem bestimmten Themengebiet. Wir können uns das jetzt so ein bisschen vorstellen wie ein Bällebad und da sind unsere ganzen Informationen erstmal drin und jetzt suchen wir aber eine spezielle Information, also in unserem Bällebad eine Kugel, die ist rot und die suchen wir und da müssen wir ganz schön suchen, wenn wir das von Hand machen und praktisch jede Kugel einmal durchgucken, also jeden Datensatz, den wir da drin haben. Zu einem Kunden, den müssen wir durchgucken, ob das derjenige ist, aber diese Arbeit nimmt uns FileMaker ab, denn wir können mit FileMaker gleichzeitig auch Daten verwalten und auf einer Datenmenge in der Datenbank suchen, so dass wir unser Datensatz, den wir benötigen, möglichst schnell finden. FileMaker bietet aber noch vieles mehr. Unter anderem zum Beispiel können wir Barcodes erstellen oder wir können Berichte schreiben, wir können ein Drucklayout erstellen und vieles mehr. Fangen wir also einmal an, indem wir eine neue Datenbank in FileMaker öffnen und hier haben wir drei Reiter, einmal haben wir hier Favoriten, da können wir dann Datenbanken ablegen, die wir besonders oft benutzen, dann haben wir hier letzte Datenbanken, welche Datenbanken haben wir als letztes benutzt und hier haben wir den Reiter erstellen, zu diesem Reiter möchten wir, denn wir wollen hier jetzt eine neue Lösung erstellen. Da haben wir hier dieses Fenster, hier unten haben Sie bereits Beispiellösungen, die können Sie nutzen und für sich anpassen. Wir möchten jetzt aber eine leere Datenbank verwenden, also unsere Lösung komplett neu anlegen, dementsprechend klicken wir hier auf leer. Und wir nennen jetzt unsere Applikation zum Beispiel mal zum glücklichen Äffchen. Und hier bekommen wir den Datenbankverwaltungsdialog direkt angezeigt. Wir sehen hier, es ist automatisch eine Tabelle erstellt worden, die den Namen zum glücklichen Äffchen bekommen hat und in dieser Tabelle befinden sich direkt schon fünf Felder, auf die gehen wir jetzt gleich nochmal ein, aber zum glücklichen Äffchen für eine Kundentabelle. Wir sollten den Namen so definieren, dass wir auch wissen, was in dieser Tabelle wirklich drin ist. Dementsprechend gehen wir jetzt hier auf den Reiter Tabellen und können uns jetzt hier einen neuen Namen aussuchen, zum Beispiel Kunden. Dann bietet es sich hier an. Dann haben wir hier einen Knopf, mit dem könnten wir jetzt diese Tabelle erstellen. Also wir legen dann eine ganz neue Tabelle an. Wir können auf Ändern gehen, dann wird hier die aktuell ausgewählte Tabelle umbenannt. Dann können wir die Tabelle, die wir momentan ausgewählt haben, auch löschen. Wir können sie kopieren und wieder woanders einzufügen. und wir können auch von außen eine Tabelle importieren. Und hier haben wir natürlich auch wieder zum Einfügen einen Knopf. Wir wollen jetzt aber ändern. Wir haben hier den Tabellennamen geändert, klicken jetzt auf Ändern und wir sehen, jetzt haben wir die Tabelle Kunden stattdessen. Gehen wir jetzt mal auf die Felder ein bisschen näher ein, denn das hier sind die fünf Standardfelder. Wenn wir nichts in der FileMaker-Konfiguration geändert haben für die Standardfelder, dann werden automatisch beim Anlegen einer neuen Tabelle diese fünf Felder erstellt. Das ist einmal der Primärschlüssel, auf den wählen wir später nochmal ein. Das ist, jetzt grob gesagt, können wir uns das vorstellen, wie eine Zeichenfolge, die generiert wird für jeden Datensatz. und diese ist eindeutig über alle Datensätze in FileMaker hinweg und über auch alle über alle Datenbanken. Das bedeutet, wenn Sie jetzt Daten importieren in eine Tabelle, dann haben die einen ganz anderen Primärschlüssel wie die Daten in Ihrer bisherigen Tabelle. Dann haben wir den Erstellungszeitstempel. Dieser zeigt uns an, wann ein Datensatz erstellt worden ist. Dann erstellt von. Hier bekommen wir den Kontonamen zurückgeliefert, damit wir wissen, wer den Datensatz erstellt hat. Ähnlich verhält es sich mit den Änderungszeitstempeln. Hier wird festgehalten, wann die letzte Änderung an diesem Datensatz erfolgt ist und auch von wem dieser Datensatz geändert worden ist. Jetzt überlegen wir uns mal, welche Daten brauchen wir denn eigentlich in unserer Kundendatenbank. Wir brauchen einmal den Namen, einmal den Vornamen des Kunden und den Nachnamen. Wir sehen schon, wir haben jetzt die beiden Felder erstellt und die beiden sind vom Typ Text. Wenn wir hier oben einen Blick reinwerfen, sehen wir aber, es gibt mehr als den Typ Text. Den Typ können wir hier an der Seite einstellen und hier haben wir auch unsere verschiedenen Typen. Ja, Text können wir uns denken, das ist eine Zeichenfolge aus zum Beispiel Buchstaben, aber auch Zahlen und Sonderzeichen. Dann haben wir hier als nächstes den Typ Zahl. Das bedeutet, hier werden numerische Werte festgehalten, mit denen wir dann auch rechnen können. Ja, Datum ist ein Datum. Lohnt sich bei Terminen. Da können wir ein Datum angeben, wann dieser Termin ist. Oder zum Beispiel auch, da nehmen wir das Geburtsdatum. Dann haben wir hier noch die Zeit. Wenn wir einen Termin haben, können wir auch hier die Zeit angeben, wann dieser Termin stattfinden soll. Aber wenn wir jetzt gerade schon von Terminen reden, Termine haben ja auch immer noch ein Datum. Dementsprechend haben wir hier auch den Zeitstempel, der wurde auch hier als Typ verwendet und der Zeitstempel besteht aus einer Datumsangabe und einer Zeitangabe, was dann sehr praktisch ist. Der wohl, so wie ich finde, interessanteste Typ ist eigentlich der Container-Typ. Denn hier können wir eine Datei, insbesondere auch ein Bild ablegen und dann kann ein Vorschau-Bild in unserer Datenbank angezeigt werden. Wir nutzen diesen Container jetzt für unser Kundenfoto, damit wir, wenn der Kunde mal vor der Tür steht, wird wir den Kunden auch erkennen. Dann haben wir hier noch zwei spezielle Typen, Feldtypen. Die sind auch mit dieser Trennlinie abgetrennt, weil die besonders sind. Wir haben einmal Formel. Das bedeutet, wir berechnen den Wert, der in diesem Feld stehen soll. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn wir jetzt ein Geburtsdatum haben und wir möchten gern das Alter haben, dann können wir eine Formel entwickeln, die uns dann dieses Alter zum heutigen Datum dann ausrechnet und dann in dem Feld anzeigt. Also es aktualisiert sich dann immer und so sehen wir auch, wenn derjenige Geburtstag hatte und haben dann immer das aktuelle Alter. Statistikfelder sind dafür da, um zum Beispiel Aggregatswerte anzuzeigen oder Durchschnittswerte, die anhand der Datensätze, die wir in unserer Tabelle haben, berechnet worden sind. Diese Statistikfelder können Sie dann auf dem Layout nutzen, um zum Beispiel Reporte zu erstellen. Aber diese beiden Feldtypen würden heute den Rahmen etwas sprengen. Ja, welche Daten brauchen wir noch? Die Telefonnummer. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Typ erstellen wir unsere Telefonnummer? Nehmen wir da Text? Oder da so eine Telefonnummer aus Zahlen besteht, nehmen wir da Zahlen. Und da stellt sich die Frage, möchten wir mit der Telefonnummer rechnen? Und unsere Antwort ist dann Nein. Also wählen wir den Text, denn zum Beispiel vorangestellte Nullen würden im Zahlenformat einfach weggelöscht und so bekämen wir eine falsche Telefonnummer raus. Da können wir jetzt ein Feld vom Typ Text mit Telefon anlegen. Jetzt haben wir aber oft den Fall, dass ein Kunde uns seine Handynummer gibt, seine Privatnummer und vielleicht noch die Nummer vom Büro, damit wir ihn erreichen können. Was machen wir jetzt mit der Information? Legen wir jetzt zwei bis drei Felder mit dem Namen Telefon 1, 2 und 3 an. Das wäre wirklich schlecht, weil dann kommt der Nächste um die Ecke und hat 4. Und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Unterschied zwischen Excel und einer Datenbank, denn wir würden das hier jetzt, möchten hier jetzt keine drei Felder für drei Telefonnummern erstellen, sondern wir nutzen eine weitere Tabelle. Und das, wie gesagt, nochmal das Telefonproblem dargestellt. Wir haben Kunde A und Kunde A hat drei Telefonnummern. Jetzt möchten wir aber keine drei Felder anlegen in unserer Tabelle Kunde, sondern wir möchten eine eigene Tabelle für die Telefonnummern anlegen. Und wir möchten den Datensatz von Kunde A mit den jeweiligen Telefonnummern verknüpfen, so, dass wir die auch sehen. Soweit, so gut. Jetzt haben wir aber noch Kunde B. Und auch dieser Kunde hat zwei Telefonnummern und auch hier möchten wir verknüpfen. Müssen wir jetzt für jeden Kunden eine Tabelle anlegen? Nein. Das müssen wir nicht. Wir schreiben die Telefonnummern alle in eine Tabelle. Und diese weisen wir dann mithilfe einer Beziehung zu. Und diese Beziehung, die bauen wir über sogenannte Schlüssel auf. Da haben wir einmal den Primärschlüssel. dieser ist in der Datenbank Kunde. Das ist der Primärschlüssel. Dieser ist eindeutig für jeden Kunden. Das kann zum Beispiel eine Kundennummer sein. und diese Kundennummer, die einmalig in der ganzen Datenbank ist und nur für diesen Kunden steht, die setzen wir als Sekundärschlüssel in ein Feld in der Datenbank mit den Telefonnummern. und jeder Datensatz bekommt dann diese Kunden-ID zugeordnet, die zu dem speziellen Kunden gehört. Dasselbe machen wir auch mit einer anderen Kundennummer für unseren Kunden-B. Aber genug gequatscht. Schauen wir uns einmal an, wie das funktioniert in unserer Datenbank. Wir löschen jetzt hier einmal das Feld, das wir schon angelegt haben und legen stattdessen das Feld Kundennummer an. Wir könnten theoretisch jetzt auch hier oben den Primärschlüssel nehmen. Der bietet sich auch an, um jetzt Beziehungen aufzubauen. Aber wir wollen das Ganze mal Kundennummer nennen und daraus machen wir einen Text. Und wir legen eine Tabelle mit dem Namen Telefon an. Auch hier sehen wir jetzt unsere fünf Standardfelder und wir tragen hier jetzt noch die Felder Telefonnummer und Kunden und Kunden Nummer ein. Jetzt können wir hier in unser Beziehungsdiagramm gehen und sehen hier das Tabellenaufkommen einmal von Kunde und einmal das Tabellenaufkommen von Telefon. Wir suchen uns jetzt als erstes unsere Kundennummer und verbinden mit Ziehen mit der Maus die beiden Felder und Kundennummer. Jetzt zoome ich mal ein bisschen auf diese Beziehung und Sie sehen, hier hat sich ein Kuhfuß gebildet mit drei Linien, die auf der Seite und drei Linien auf der Seite und hier zwischen befindet sich die Beziehung. Das ist noch nicht so ganz richtig. Das sehen Sie nämlich hier, dass hier drei Ärmchen sind. Das sollte nicht so aussehen, weil das würde bedeuten, dass hier die Datensätze, dass jeder Datensatz mit jedem Datensatz hier verbunden sein kann und andersherum. Das wollen wir nicht, weil die Kundennummer in der Tabelle Kunde sollte ja eindeutig sein. Deswegen gehen wir wieder zu den Feldern zurück, gehen in die Tabelle Kunden und müssen jetzt hier die Kundennummer in den Optionen ein wenig einschränken. Diese können Sie sich dann später einmal genauer anschauen. aber wenn wir hier jetzt durchgucken, sehen wir, wir haben hier bei der Überprüfung einmal ein Häkchen bei eindeutiger Wert, denn dieser Wert soll ja eindeutig sein in dem ganzen Feld. Der soll nicht noch ein zweites Mal vorkommen und es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn er nicht leer ist. Jetzt sehen wir, wir haben hier die Option gesetzt und wenn wir jetzt mal zurückgehen, sehen wir, hier ist jetzt nur noch eine Linie und hier hinten ist der Kuhfuß, weil aus der, wenn ein Datensatz in der Tabelle Kunde kann mehrere Nummern in der, mit mehreren Nummern in der Tabelle Telefon verknüpft sein. Jetzt wollen wir aber auch mal etwas von unseren Kundendatensätzen sehen, beziehungsweise Kundendatensätze anlegen können und dann haben wir hier bereits ein Layout, da liegen die Felder bereits drauf, weil die automatisch hier auf das Layout erstmal gelegt werden. Die können wir jetzt bei unter Layout bearbeiten, gehen wir in den Layout-Modus und können die hier jetzt bewegen, so wie wir das möchten. zum Beispiel verschieben wir mit der Maus jetzt die Felder, mit der gedrückten Shift-Taste markieren wir mehrere Felder und können die so jetzt auf unserem Layout verschieben. Das Kundenfoto legen wir mal hier vorne hin und daneben kommen unsere Daten. Die Kundennummer die stellen wir hier oben hin und jetzt möchten wir das Ganze mal mit Leben füllen, damit wir auch so ein paar Beispieldaten sehen. Wir können jetzt einmal ein Bild von unserem Kunden hier reinziehen in den Container. Der hat die Kundennummer K123 und jetzt haben wir den Vornamen, den nennen wir Affi Affe und der hat am 1. April 2000 Geburtstag. Jetzt möchten wir gerne noch einen zweiten Kunden anlegen. Ja, wie soll man ihn nennen? Max Monkey und die Kundennummer ist hier 2345 und unser Max hat am 11. 11. 2005 Geburtstag. Wir können hier oben jetzt zwischen unseren Datensätzen hin und her schalten und sehen schon, dass wir hier unsere beiden Datensätze haben und können uns hier dann die Informationen passend zu dem Datensatz anschauen. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Telefonnummer. Die Telefonnummern. Dafür müssen wir erst einmal Telefonnummer eintragen. Wir legen einen neuen Datensatz an. Müssen wir hier die Kundennummer angeben. Die war bei unserem Affi Affe 1234 und die Telefonnummer von die erste Telefonnummer von Affi geben wir hier an und hier kommen wir mit der zweiten Telefonnummer auch hier geben wir wieder die Kundennummer von Affi an 1234 und hier ist die Telefonnummer eine andere und auch für den Max Monkey geben wir jetzt hierzu erst die Kundennummer an die Kundennummer war 2345 und die Telefonnummer stellen wir uns auch zusammen und auch hier dieser Max Monkey der hat eine zweite Telefonnummer und jetzt geben wir mal eine Kundennummer an die noch gar nicht existiert die nennen 345 5 6 und auch hier geben wir wieder eine Telefonnummer an so wie schaffen wir es jetzt dass diese Daten die wir jetzt eben gerade in der Tabelle angelegt haben hier bei unseren Kunden angezeigt werden dafür gibt es das sogenannte Ausschnittswerkzeug hier gehen wir auf Layout bearbeiten gehen wieder in den Layout Modus und hier oben haben wir das Ausschnittswerkzeug damit können wir nämlich in unserem Datensatz eine Tabelle anlegen einen Ausschnitt den ziehen wir hier jetzt auf und wir können erst einmal sagen Datensätze anzeigen aus hier haben wir einmal aktuelle Tabelle dann würden wir einen sogenannten Self Join machen das ermöglicht uns zum Beispiel in dieser Tabelle alle anderen Kunden die noch existieren in dieser Tabelle zu sehen wir wollen jetzt zu unserer Bezugstabelle Telefon weil wir die Telefonnummern angezeigt bekommen möchten hier haben wir dann noch verschiedene Informationen wie Ausschnittsdatensätze sortieren also wir können die Daten die uns hier jetzt gleich angezeigt werden die können wir noch sortieren da können wir jetzt mal sagen wir möchten das gerne aufsteigend haben und zwar die Telefonnummern die sollen aufsteigend sortiert werden dann können wir noch spezielle Informationen filtern wenn wir zum Beispiel jetzt eine Liste von Namen haben und wir möchten gerne nur die Namen mit A haben dann können wir das hier angeben und dann werden uns nur die Namen die vorne mit A Anfang angezeigt dann können wir uns überlegen möchten wir hier zulassen dass wir Datensätze löschen können also wenn die Telefonnummer nicht mehr existiert ob wir die einfach rauslöschen können oder ob wir das nicht möchten in dem Fall möchten das jetzt erstmal nicht und wir haben hier jetzt das sehen wir hier Anzahl der Zeilen die angezeigt werden sind 4 und wir können wenn jetzt aber wenn wir jetzt zum Beispiel 5 Telefonnummern hätten müssten wir würde hier jetzt die letzte Telefonnummer nicht mehr angezeigt und dann müssten wir uns überlegen ob wir vertikales scrollen zulassen das bedeutet ob wir hier einen scrollbalken haben möchten mit dem wir uns dann auch noch den letzten datensatz der hier also den fünften datensatz noch angezeigt bekommen möchten indem dass wir scrollen wann soll dieser rollbalken angezeigt werden immer oder beim scrollen sagen wir mal beim scrollen und wenn wir hier aus dem datensatz rausgehen wir überlegen uns wir sind bei Max Monkey und wir möchten zur Affi Affe zurück dann soll der auch wieder auf den ersten datensatz der hier angezeigt wird im portal zurückspringen damit haben wir jetzt unsere wichtigsten einstellungen geklärt hier können auch angeben wie viele zeilen angezeigt werden sollen sagen wir mal drei und hier können wir jetzt aussuchen welche felder aus der tabelle telefon denn hier im portal angezeigt werden sollen und das soll einmal die telefonnummer sein und wenn wir das möchten könnten wir das jetzt nochmal mit der kundennummer machen aber die haben wir bereits hier also brauchen wir hier in dem fall jetzt nur die telefonnummer wir haben hier ein feld das das ein bezugsfeld ist sehen wir hier durch die vier also durch die vier punkte hervor und dementsprechend können wir uns das jetzt mal ansehen wie das mit den telefonnummern ist und wir sehen bereits das hat genügt dass uns jetzt hier die telefonnummern angezeigt werden was wichtig ist bei einem portal wenn wir erstellen wenn wir hier jetzt einmal das feld außerhalb des portals ein stückchen außerhalb des portals positionieren dann sehen sie schon hier wird nur noch die erste nummer von max monkey angezeigt und nichts weiteres mehr dementsprechend müssen wir hier noch mal reingehen und das feld wieder in das portal selber reinsetzen und dann funktioniert das wieder das feld wird an das portal gekoppelt und so bekommen wir alle telefonnummern gezeigt daneben ist jetzt noch platz wir könnten hier jetzt zum beispiel noch einen button hinlegen wo wir sagen das soll in den müll diesen button nehmen können wir jetzt auch ein skript übergeben da gibt es hier jetzt den begriff ausschnittsreihe löschen mit dialog soll das ganze sein ja das passt und dann können wir jetzt hier wird hier gefragt soll der bezugsdatensatz gelöscht werden wir können auf löschen klicken und dann löscht sich dieser bezugsdatensatz hinter diesen knöpfen können sich einzelne schritte wie wir das gerade gesehen haben befinden oder sie können auch ein skript ausführen was sie schreiben aber wie sie skripte schreiben das erfahren sie an anderer stelle dafür haben wir heute nicht die zeit so haben sie jetzt ihr erstes portal angelegt und können das auch nutzen ja wenn wir jetzt hier ins portal reinklicken wir würden eigentlich gerne die nummer wieder hinzufügen das geht jetzt aber nicht weil das noch nicht in unserem in unserer tabelle definiert ist da gehen wir jetzt hier wieder auf ablage verwalten und datenbanken und bekommen hier jetzt wieder unseren datenbank verwalten dialog hier gehen wir jetzt auf die beziehung und wir möchten sagen dass in dieser beziehung es möglich sein soll dass wir datensätze erstellen können und hier können wir die beziehung bearbeiten und hier auf der seite haben wir die information zur kundentabelle und auf dieser seite haben wir jetzt die information zur tabelle telefon wir sehen hier schon kundennummer wird mit der kundennummer abgeglichen die hier als primär schlüssel vorhanden ist hier und hier als sekundär schlüssel und hier unten können wir schon ganz viele aussagen treffen möchten wir von dieser tabelle aus dass hier datensätze erstellt werden können das ist jetzt für uns nicht sehr sinnvoll wir haben hier aber auf der anderen seite erstellen von datensätzen in dieser tabelle über diese beziehung zulassen das bedeutet wenn das wir in der tabelle kunde sagen können dass die tabelle telefonnummer einen neuen eintrag bekommt das klicken wir also mal an bezugs datensätze in dieser tabelle löschen wenn ein datensatz in der anderen tabelle gelöscht worden ist wenn wir eine telefon das steht auch wieder auf beiden seiten jetzt ist die frage möchten wir wenn eine telefonnummer gelöscht wird dass der datensatz in der tabelle der kunden datensatz gelöscht wird das möchten wir nicht deswegen kreuz wir es nicht an wenn aber jetzt hier ein kunde gelöscht wird dann brauchen wir auch die telefonnummer nicht mehr zu dem kunden können dementsprechend können können hier bezugs datensätze in dieser tabelle löschen wenn ein datensatz in der anderen tabelle gelöscht wird angeben und auch hier können wir wieder datensätze sortieren diese das ist jetzt die sortierung über die beziehung und die könnten wir dann wenn wir das möchten angeben das lassen wir jetzt aber gut jetzt sehen wir hier können wir jetzt unsere telefonnummer hinzufügen und wenn wir damit fertig sind geht hier das nächste Feld auf geben wir hier auch mal eine telefonnummer ein und wir sehen hier ist jetzt nicht mehr genug platzt für die nächste telefonnummer hier können wir jetzt auscrawlen so damit haben wir schon mal unsere ersten daten hier drin wir möchten aber natürlich auch in einer datenbank ist es ganz wichtig dass wir nicht nur daten anhäufen sondern dass wir auch mit den daten arbeiten können wir möchten also suchen dafür gehen wir in den such modus und das ist hier die kleine lupe hier auf die klicken wir drauf und befinden uns dann im such modus und können dann hier in den Feldern zum Beispiel dann drücke ich enter wir haben eben hier vergessen dass das ja vierstellig ist dementsprechend werden jetzt hier auch bei afi die telefonnummern passend angezeigt und jetzt gehe ich wieder in den such modus und gebe hier k1234 an und bekomme dann als ergebnis hier den afi gezeigt hier oben sehe ich eins von zwei wurden gefunden über diese suche und die die ergebnismenge wurde hier eingegrenzt sagen wir mal ich hätte jetzt noch einen kunden drei vier sechs da hatten wir auch schon eine telefonnummer angelegt den nennen wir jetzt schon dough geburtstratum füllen wir jetzt mal gerade nicht aus und auch hier gehen wir wieder auf die suche k1234 und hier haben wir jetzt eins von drei gefunden also wir haben drei datensätze und davon stimmt hier aber nur einer überein aber wir haben wir haben und wir haben drei datensätze gefunden denn hier bei affe ist ein e drin bei monkey ist ein e drin und bei do ist ein e drin das bringt uns also auch noch nicht weiter dementsprechend suchen wir jetzt noch weiter wir möchten jetzt einen nachnamen haben wo ein o drinsteht und hinter diesem o soll irgendwann ein e stehen und dazwischen dürfen auch wieder beliebig viele buchstaben sein wir suchen in der ergebnismenge und bekommen hier zwei raus da haben wir einmal den max monkey da haben wir hier ein o und hier ein e und hier haben wir john doe mit einem o und einem e und dazwischen ist kein buchstabe und so können sie verschiedenste suchanfragen formulieren was es da für zeichen gibt die sie hier einsetzen können das sehen sie auch in der feimaker dokumentation wir haben eben bereits schon festgestellt dass es auch andere beziehungen geben kann und diese beziehungen die wollen wir uns hier nochmal genauer ansehen wir hatten eben schon über 1 zu n gesprochen also wir haben einen Datensatz in einer Tabelle die mehrere Datensätze in einer anderen Tabelle trifft das ist jetzt hier unsere Telefonnummer zum Beispiel jeder Kunde kann mehrere Telefonnummern haben also ein Kunde kann n Telefonnummern haben dann können wir die 1 zu 1 Beziehung haben jeder Kunde hat eine Kundennummer das bedeutet wenn wir so eine Verbindung haben können wir normalerweise auch die Daten direkt in die Tabelle schreiben weil jeder Kunde eine eindeutige Kundennummer hat und nicht mehrere Kundennummern im Normalfall dann hatten wir eben schon von dem Self-Join gehört wo ein Datensatz auf die anderen Datensätze in der Tabelle verweist das ist aber ein Sonderfall deswegen ist der hier nicht aufgelistet und wir können auch noch die Relation n zu n haben und dieser Fall überlegen wir uns wann könnte dieser Fall eintreten wir haben eine bestimmte Anzahl von Kunden wir haben n Kunden und diese Kunden kaufen Produkte und das Produkt kann nicht nur von einem Kunden gekauft werden sondern von mehreren und die Kunden können auch mehrere Produkte kaufen also jeder Kunde kann mehrere Produkte kaufen und jedes Produkt kann von mehreren Kunden gekauft werden hier liegt also eine End-zu-End Beziehung vor das schauen wir uns auch mal an wir haben hier Kunde A, B und C und diese können aus einem Produktsortiment von grünen Bananen gelben Bananen und Kochbananen auswählen und Kunde A kauft einmal grüne Bananen und Kochbananen Kunde B kauft grüne Bananen und gelbe Bananen und Kunde C kauft nur Kochbananen das bedeutet ein Kunde kann mehrere Produkte kaufen in dem Fall jetzt Kunde A kauft grüne Bananen und Kochbananen aber die grünen Bananen können auch von mehreren Kunden gekauft werden also Kunde A kauft grüne Bananen und Kunde B kauft grüne Bananen das ist jetzt eine N zu N Beziehung da können wir jetzt keine direkte Relation zu bauen weil wir haben keinen Primär Schlüssel und keinen Sekundär Schlüssel dafür wie lösen wir das Ganze jetzt bevor sich der Affe hier jetzt laust entfernen wir hier mal die Beziehungen und setzen eine weitere Tabelle ein diese Tabelle ist für unsere Relation wichtig denn sie macht aus einer End-zu-End Beziehung eine Beziehung die wir schon kennen hier tragen wir nämlich jetzt Datensätze ein da haben wir die Kunden-ID drin stehen von Kunde A und die ID zum Produkt Grün zu den grünen Bananen Grün B jetzt mal genannt dann kommt der nächste Eintrag Kunde A hat auch Kochbananen gekauft und hier kommt der Eintrag Kunde B hat grüne Bananen gekauft und Kunde B hat außerdem auch gelbe Bananen gekauft und Kunde C hat jetzt Kochbananen gekauft wir haben also eine Produkttabelle wir haben eine Kundentabelle und dazwischen haben wir die Tabelle die uns die einzelnen Bestellungen angibt hier können wir jetzt das ganze über Relation verbinden denn hier entsteht jetzt dadurch dass wir hier diese Jointtabelle haben wieder eine 1 zu n Beziehung und die kennen wir bereits mit der können wir arbeiten und dann haben wir auf der anderen Seite auch wieder eine n zu 1 Beziehung denn jedes Produkt kann mehrere Einträge in dieser Jointtabelle treffen und Sie sehen dass hier die grünen Bananen haben zum Beispiel zwei Treffer mit Kunde A und mit Kunde B Diese Verbindung wollen wir noch einmal anlegen dafür gehen wir wieder in unsere Datenbank wir legen jetzt noch eine Tabelle Produkte an und wir legen eine Tabelle Bestellung an das das ist unsere Jointtabelle und jetzt tragen wir die Felder ein bei Produkte haben wir eine Produkt ID das ist unser Primär Schlüssel den wir jetzt gleich zum verknüpfen brauchen also geben wir auch hier wieder bei überprüfen an das ist nur sich um eindeutigen Wert handeln soll und der soll nicht leer sein dann haben wir hier unsere Bestellungen da legen wir jetzt die Felder einmal Kunden ID an und unser Feld Produkt ID in den Beziehungen haben wir hier einmal unsere Kundendatenbank die hatten wir ja schon jetzt stellen wir hier unsere Bestellung in die Mitte suchen uns hier unsere Kundennummer raus also unseren Primärschlüssel und hier haben wir auch unsere Kunden ID das ist unsere Kundennummer die verbinden wir jetzt miteinander und wir sehen schon hier wir haben auch hier wieder nur eine Verbindung und hier haben wir drei also eine 1 zu N Beziehung so werden wir das voraus gesagt haben und hier haben wir jetzt die Produkt ID und die soll hier die Produkt ID treffen hier haben wir den Sekundär Schlüssel und hier haben wir wieder den Primär Schlüssel und wir sehen hier eine N zu 1 Beziehung und auch hier können wir jetzt ein Ausschnitt Werkzeug anlegen und in dieser Tabelle möchten wir gerne die Daten aus der Tabelle Produkte sehen und das lassen wir jetzt einfach mal so machen wir hier eine 2 raus und wir haben ganz vergessen den Produkt Namen anzulegen das holen wir jetzt nochmal nach also wieder verwalten Datenbank gehen jetzt hier zu unserem Produkt und da haben wir dann Produkt Name legen einen neuen Ausschnitt an wenn hier Produkte aus ok und hier können wir jetzt den Produkt Namen uns anzeigen lassen damit hier natürlich was angezeigt wird müssen wir erstmal Produkte festlegen und da haben wir einmal die Produkt 1 und es hat den Namen grüne Bananen dann haben wir P2 das sind gelbe Bananen und P3 sind unsere Koch Bananen jetzt gehen wir in die Tabelle Bestellungen hier wollen wir jetzt Kunden und Produkt ID ausfüllen und zwar geben wir das jetzt für den Kunden K 1 2 3 4 an und der hat die Produkt ID P2 da haben wir einen Eintrag dann nehmen wir noch einen Kunde 1 2 3 4 und der kauft P3 Produkt 3 jetzt gehen wir in unsere Kundendatenbank zurück und sehen wir haben hier unseren Afi dem haben wir mit der Kundennummer 1 2 3 4 haben wir Produkt zugewiesen und der hat jetzt die gelben Bananen und die Kochbananen gekauft so also wir können auch N zu N Beziehungen gut verarbeiten das waren jetzt erstmal die Grundlagen wie man so eine Datenbank überhaupt aufbaut ich hoffe ich konnte Ihnen damit weiterhelfen 2 2 1 3 1